So, wir sind jetzt im Fitnessraum, es gibt hier alles eigentlich, das war ja tief, ja, wo wolltest du wieder, wo ist, ja, ist cool eigentlich, so, da ist du ja, geht, weil wir haben fast keine Kamera, keine Butter, so, gut, der Oberschenkel, guck mal, ich werde ein bisschen zu werden, Okay, stopp.